Tag hier naßenbären und ich komme aus Omni Omni Busse Monato und ja wir sind hier in Richtung Weldental auf 3000cm CCM CCM wenn ich bitten darf Halt die Presse Ok Und wie fährt der hier TÜN Achso Ein Ticket bitte Aber wissen Sie ich falle nicht Sollt 3000 hier Ich glaube jetzt ist das schneller Und so mal ins Rennen Wow Oh ja geil Ja das ist definitiv schneller Mach mal harte Junge Das ist definitiv schneller Das ist definitiv schneller Das ist definitiv schneller Das ist voll schwierig Jetzt irgendwie um die Kurven zu kommen Ich bin 12er Ich bin 8er Alter das ist echt scheiße Ich bin 2er noch Ich bin 19er Ja wir können ja gucken Wer ist zu schwer Oder können wir es ja weg machen Ich fand es eigentlich Ja ich fand es 2000 Eigentlich ganz gut Ja wir können ja Ja Weil irgendwie das ist grad so voll die Umstellung Für mich geht es eigentlich voll Ja Also bei mir war es nur am Anfang Ich glaube jetzt geht es auch wieder besser Aber in die Box natürlich wieder am Anfang Ich bin nicht richtig Ähm Entweder Regen weg Ich war der äh Äh Julisblock der hohen Schmack der es ausgefüllt hat Ich muss sagen, diese Ballons, die facken schon ein bisschen ab, ne? Ja, so ein bisschen schon. Also sie stören nicht, also sie machen nicht so, dass du da nichts sehen kannst, aber sie facken ja einfach ab. Ja, das ist einfach ab. Ja, Junge, aus dem Wasser geht's ab, Alter. Nein, komm! Hättest du nicht noch so ein bisschen erster sein können, Movis? Seltsam, du kriegst jetzt aber den Movis. Nee. Rollt der Läppsch, Alter. Dreigt eins aus dem Maul. Dreigt eins aus dem Maul. Jetzt mach ich hier den Volni-Tanz. Dann komm ich zu den Volnis auch rein. Wenn ich den Harz, äh... Den Volni-Traditions-Tanz? Movis, bist du vor mir? Ja. Okay. Ich glaube, ich hätte es übertrieben. Nee, ich habe einen anderen getroffen. Achso. Du hast gedacht, ich habe einen Spannung. Doch jetzt. Ja, jetzt fahren einfach mal, Alter, mir vorbei. Weil die Zeit, ich hätte in die... Dieses Teleportieren, ne? Das gibt mir so oft die Eier, ne? Ja, das haben wir vorbeigegangen. Wer? Die Saison-Rose ist gerade, das haben wir vorbeigegangen. Ja, vorbeigegangen. Ja, vielleicht war so ein anderer, da vor dir, ne? Ich bin der Erste. Achso. Okay. Ich war da einfach behindert. Actually, retarded. Ich muss aber in die Böks. Ich auch. Ich hätte schon eben ein... Seftiker kommt, ne? Jetzt habe ich so eine Scheiße. Nein, ich bin natürlich noch auf den Rasen gekommen. Und wieder ein gelbes, Alter. Die wahrscheinlich hätte, dass ich ein gelbes trip. Das ist eigentlich so gering, weil es einfach gegen 100 Millionen Wände fährt. Und trotzdem tritt es mich. Glück auch für den. Oh, fuck. Jetzt hat es Movis getroffen. Aber mit der nicht gerade 8er ist, in die gerade 2. Ich fahre auch gerade so eine Missgeburt, um sich zugeben. Also, ich finde es ganz angenehm mit dem 3er. Angenehm? Ja. Bist du so positiv überrascht, Movis? Ja. Habe ich mir gedacht. Ja. Ne. Echt? Ist ja geil. Bist du so unfähig, es auf stumm zu machen? Ja, da gehst du ja nicht mit. Ich denke, weil sie werden, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Doch, dann guckst du nach dem Rennen drauf und dann, ja. Und dann? Sagst du ihr, ich kann gerade nicht. Ich habe einen dicken Penis, aber es war ich schon so öfter. Ja, das muss ich ja generell schon sagen. Ja, das war ein Schreiber von Moviso-Kotel. Nein, wie dumm war das? Ich habe das verlaufen. Einfach, weil du es kannst. Einfach, weil es ja stimmt. Ja, entschuldige nicht. Ich bin in der Box, trotzdem muss ich... Okay, ich habe gewonnen. Naja, ich bin 6, ich bin schlecht gefangen. Hier, with it, nigger. Ja, ich bin 5,3. Ich bin 6,3. Aber knapp schon, ich glaube, durch die Box. 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 So, jetzt fahren wir. Wir fahren mit 1 Wagen. Jetzt, äh, Kretze. Ditte, Kretze. Ja, ich wollte es gerade auch sagen. Ditte, Schmitti, Ecke, Kretze. Ditte, Sonne, Weihnachtsbächt. Wollen wir so schnell machen? Ich habe mich so weggelacht. Was hast du jetzt gefunden? Sag mal. Ne, mach nach der Aufnahme. Nee, das muss ich jetzt machen. Okay. Warum muss man das jetzt machen? Okay, dann such es aber jetzt mal. Na, such mal. Wo ist es denn? Das ist, äh... Auf dem Weg vorher. Aber die Strecke ist meine Hassstrecke. Ist das mit der Kurve? Das ist Abu Dhabi? Das ist, ja, das ist Singapur. Gerade mit der Geschwindigkeit, jetzt diese eine Kurve zu schaffen, das wird eine Qual. Ich weiß gar nicht, welche Kurve du meinst. Ey, die Strecke, die kommt jetzt. Das ist so scheiße, die Kurve. Wenn nicht alle wegrahmen, du wollen einfach null, da die Kurve jetzt. Ach, die. Ich pack mich so ab. Ja, es ist so. Da verlierst du dann Geschwindigkeiten und Punkte. Also Platzierung. Nein. Nein. Und gerade habe ich aber der WP ist drauf. WP ist nur so. Na? Das wirkt alles viel dynamischer. Ja. Ja, ja. Ja, okay, das ist eine Wolke. So laut ist das jetzt auch nicht. Ja, ich meine ja nur. Ich will ja nur was sagen, ihr. Hochkonzentriert bei der Sache. Ja, hier fallen gerade nicht die großen Gesprächsthemen. Nee, ich muss in die Box. Ich auch. Zack. Und drin bin ich. Ich auch. Wir sind schon raus und ich auch. Naja. Ja, ich bin Sechster. Oh, Marco. Ja? Hast du so ein Blaues gehabt? Ja. Ja, hast du mit mir schon angefangen. Nein, Kurve. Das ist nicht geil. Ich war einfach nur gegen die Wand. Ich bin Zweiter. Obwohl Safety Car an ist, das kriege ich denn nicht. Obwohl Safety Car an ist, ich verstehe es nicht so ganz. Ja, trotzdem. Ah doch, jetzt komme ich gerade ziemlich nah dran. Ich kann mich gerade überholen. Ach, Safety Car und Wolke, der hat aber Glück gehabt. Könnte ich sein. Ich weiß nicht, die Box. Oh, Junge, das hat dich gerade übelknapp verfehlt, der den Ulrichs gelbe. Ich glaube, das hätte mir gar nichts getan, weil ich ja diese... Die dicken Reifen? Ja, ja. Die dicke Reifen. Ach so, das sind die Silbernen. Die sind quasi längst getan worden. Noch ist das Erste. Was war los? Der lügt doch. Der lügt wie getrockt. Alter, das ist schon wieder so jemand? Ja, natürlich. Das ist schon wieder so jemand. Ich fahre eh mal das blaue Reine. Ist aber auch voll auf. Das ist aber wieder einer teleportiert, wenn man das wollte sein. Ja, Alter! Na! 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 Die Schnauze. Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Kannst du nicht, ne? Nee. Psycho-Ypaktiv. Nee. Und wie? Moritz ist der Hypo-Ypaktiv, die ist der Junge, den ich kenne. Gib mir die Kohle. Hä, was soll denn da waren? Hypo-Ypaktiv? Das wäre zwar anti-hypo-Ypaktiv gemeint, du bist einfach noch Scheiß. Du bist immer als ne Schuldkult. Also du bist einfach... Wenn ich aber auch zum Beispiel morgens, Junge, morgens kriegt nix auf die Reihe. Ja, morgens kriegt niemand was auf die Reihe. Ich war doch im Ersten, ja, also. Der hat alle... Ich meine Volk knapp vor mir, trotzdem bin ich Sechster. Ja, ich bin nur Fünfter. Ich bin voll am Arsch. Dritter geworden. Oh, das war schon... Oh Gott, wie schlecht. Ich bin Achter geworden. Ich könnte ihn gerade echt wegwerfen. Ich könnte ihn gerade echt wegwerfen. Weil ich bin gefahren, war vier Tage lang vor schon so einem Walrost überrollt. Ach ja, war das. Und dann bin ich auch Achter geworden. Das Spiel ist voll cool. Das macht voll Spaß. Fünjo. Ich bin Zweiter insgesamt geworden. Also hier nicht mal die Falle. Hm, naja. Fass mich das an, ich brech dir die Hand. Ich brech dir die Hand. Kannst du dir damit teilen? Die Hand oder was? Die Operation. Das ist dir. Die dicke Mutter kann es bezahlen. Weißt du was? Weißt du was? Lass das an Warburg Bowling aus, ja. Aber nicht. Das soll ich schon tun. Lass es an dem Neuen da aus, wo sie alle rumknägen. Dann lass es einen Ghost raus, aber nicht. Alter, sechs. Sechs verfickte Rennen. Der Martin ist draußen, also dann holst du es dir. Darf ich dich küssen? Nee. Was legt ihr denn da gerade an meiner Rosette um? Warum zeigst du eine Rosette einfach so? Ich habe keinen Rim-Job. Ich kommentiere immer nackt. Bist allgemein immer nackt. Karma Equal schieß vor mir. Realistisch. Du bist doch ein Verdammter! Was für eine scheiß Strecke, Mann. Wo fahre ich denn? Brasilien, immer noch. Also ich gehe davon. Fällt jetzt in die Box? Nein, ich fände nicht in die Box. Doch, nee, ich fände in die Box. Ich fände, ich bin jetzt auch Zweiter. Ich bin halt gerade, wieso du in die Box fährst. Nein. Haha, Marco. Bist ein Konfetti reingefahren? Ja. Boah, Junge. Konfetti sind nur die Bananen. Nee, nicht Bananen. Bananen ist ausgerutscht. Nein, die sind die Zittenfische. Bananen ist ausgerutscht. Das hat abgefuckt. Es gibt ja gar keine Bananen, ne? Verschallt eigentlich. Nee, hier gibt es nur diese Kugeln. Wie findet ihr, dass man hier kaputt gehen kann? Finde ich das gut, oder finde ich das schlecht? Gut. Aber ganz kaputt gehen kann man noch gar nicht, oder? Ich glaube, das ist übel, übel lahm. Du kannst es auch nicht mehr lenken, wie ich letztens. So, vielleicht. Aber es ist ein Bug. Keine Ahnung so. Ich muss noch ein Bug sein, da seien wir ehrlich. Ich meine, es wäre verlebt. Einfach mal alles hinter... Ja, falls ihr den Regen hört, das ist gerade hier ein bisschen am Abgehen. Aber ich bin nämlich schon wieder Sechster. Was ist denn das? Wir kommentieren draußen. Ja, wir sind nämlich... Im Garten gerade. Ja, wir sind immer draußen. Naturmenschen. Ist das eigentlich die Box-Fähne? Wir leben für die Vögel. Die Vögel leben für uns. Die Vögel sind schon so ein Kacki. Nein, 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 eine Box. Ah gut. Drecksfische, Alter. Ich habe eigentlich einen schönen Vorsprung auf Marco. Auf Maurice und auf Markus sind ja nicht ganz okay. Aber gut, dass ich erstmal eine Forschung für Marco habe. Für Maurice muss ich nicht so Angst haben. Nee, nee, nee. Weil der ist nicht so bärhaft wie du. Nicht so läppend. Das ist meine Runde. Meine Chance auf den ersten Preis. Schatz. Nein, ich bin so ein Miss... 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 Das ist schon... Das ist ein Video, hurtle? Ja, fuck. Ja, das ist haben wir so angestist. Das ist eher Weihnachtsspechi, der würde ich voll die coolen Spiele machen. So, irgendwann habe ich einen Stern. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich Zeit verloren. Nein, 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 nein. Ich habe euch in die Box. Macht das hier eigentlich auch eine Musik, diese fetten Ball? mind. Das Spiel ist Musiklos. Und auch lustig. Aber er hat einen vollen Pickel auf mir aufgef 달�et. So, irgendwann von euch Dritter? Ich bin Zweite, Ertafel nicht. Ich bin, äh, sechster, weeey. Ach, scheiße. Ne, jetzt bin ich noch siebter, ich weiß es. Ich bin gerade siebter. Aber ich bin gerade in die Box gefahren, deswegen. Ja, ich auch. Achso. Ich bin erster. Na, siehst du, man ist schon sechster. Like the Romans, three hundred bitches, where are chosen, baby, we live in. Ist es zu glauben. And you know it. And you know it. Erster. Also, ich werde achter. Also, vielleicht werde ich noch ein bisschen aufholen, aber... auf jeden Fall werde ich keine gute Platzierung haben. Ne. Ja, noch vierter. Vierter musst du mir wissen. Sechster. Erster. So ein Dicks. Ich war erst, ich bin gut gefahren. Und es war ein gutes Rennen. Auf jeden Fall, die ich direkt gerade mitgespielt hätte er vielleicht nicht so. Aber es war ein gutes Rennen und ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Rennen aussetzen können. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, äh, Marco. RBK. Aufladen. Mann. Was sagen Sie zu meinen? Was sagen Sie zu meinen? Ich habe einen dicken Penis. Das ist das Einzige zu sagen. Das ist das Einzige, was so stimmt. Was in diesem Land? Ah, ich bin zweiter. Ich bin vierter. Ich bin vierter. Ich bin vierter. Ich bin vierter. Ich habe einmal meinen Arm umgedreht, hattest du das gesehen? Ja, das ist schon, dass ich nur übertrieben habe. Kann ich jetzt da umbrennen? Es kommen noch knapp drei oder zwei. Ach ja, da waren ja sechs. Also, tschüss gesagt, dass deswegen bleibt mir nicht sicher, ob das jetzt ernst gemeint war. Oder nicht? Schwerpuss. 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 Ich bin vierter. Ich habe die schon geschweppt. Ich habe die schon geschweppt. Kleine als Marco. Ich habe ich gekriegt. Ey, ich bin recht, das ist kein Geindeszen. Dann bist du der da vorne. Das bin ich. Ach, Gott. Das Weib hat die letzte... Hat die meine dicke Titten? Was? Hat die geile Titten? Ja, und... Also, nicht wirklich dick, aber auch nicht klein. Also, so normale, weißt du? So, die typischen... Achso. Meine Freundin für die Dicken. Ja, wir haben meine Freundin immer für die Dicken. Ich muss halt zu meinem Schwanz passen, bitte. Ich muss ja alle irgendwie im Gleichgewicht sein. Alles im Gleichstand bleiben. Junge, bin ich gerade hochgeflogen. Ich stehe erst auf Dominanz, weißt du, deswegen ist das so. Ich verstehe noch auf den Zechthiker. Ich will es eigentlich gerne in die Einsätze, weil man auch dann noch gegen den selber transportieren. Zack, dringend. Als er wie viele hier auf einem verfickten Fleck wie hier ist. Studieren. Kommunizieren. Zudubortieren. Elakulallieren. 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 Inkubations. Zerzer. ZACK! Anmog ich. Ne, ist mir jetzt nicht eingefallen. Es gibt doch mal Gas, du Affe. Alter, das ist irgendwie nicht mein Handy. Hey, ich frag grad eben 5 da. Macht aber nichts. Ja, bitte jetzt keine Interviews, ja? Mit der Fahrt. Ja, Busfahrer. Da fahrt ich mit dem Fahrer sprechen. Das ist auch so ein Busfahrer. Ich vergesst. So, der Disser von... Ach, Dödo. Ich weiß nicht, wie viele hier schon wieder sind, ne? Das ist schon... Ja, ich bin... Nimmer feierlich. Wo ist denn die Box? Ja. Bin dabei. Ich bin auch eingefahren. Ich bin dabei. Das zählt nicht! Entschuldigung. Hier ist noch das halbe... Ich entschuldige mich hiermit bei allen Beteiligten. Verpiss dich doch einfach, du dreckiger... Bullenreiter, Alter. So ein Spanier war das. Ah! Espanol. Ich bringe das Safety Car. Ich will das eigentlich gar nicht bekommen. Das ist einfach so scheiße. So. Wow. Stern. Na 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 na... Das ist Laufbahn fällt mich ab. Ja. Aber wenn ihr hier diesen Stern ab, dann geht es eigentlich? Weil du da drüber rennst, das raus bist. Weil die Kurven sind synthetisch. Weil aber diese Kurven, ne? Die sind absolut Summen sind... Facken ab. Ah. Fuck. Nein! Jo, jung. Hier geht's übelst ab. Ja, Alter. Änd stellt sonst... Auch hier vorne grad... es gibt sonst ist heiter die ich glaube 3.000 sagt die Schwierigkeit von den Typen schwerer ja weil die Kuppe wie die Kasse von nicht mehr in der Welt einmal gerammt bin ich gemacht nein ich weiß nicht ganz krass gekommen mit so und nein 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 ich fliege aus der Map muss wir in die Box fahren also als letzte Runde hier vorne ist schon das Ziel da kannst du nicht mehr in die Box fahren so werde ich nicht machen und ich werde Zweiter ich werde Neunter oder so ein Scheiß oder Achter Fünfter Achter hey du bist zwei Rennen gelaufen das sind harte Zeiten hier ja was haben sie zu diesem Rennen äh war eigentlich recht erfolgreich war eigentlich recht gut fünfter Platz aber kann sie steigen Kobayashi ist erster Genius das ist ok er wird sagen im nächsten Rennen muss es besser werden tschüss Dankeschön an äh Niklas Zimmer ooooha das ist bestimmt nicht behindert ne und das Zimmer? der ist einfach nur Käse ne ist das nicht das zum weil die äh Käsefuß hat ne der hat Käsefuß das ist echt lecker das ist lecker ooooha so vorletztes Rennen in Itali gleich kommt noch bei Rotenium Deck in Rampesaltung so macht es klappt es nicht bei dir aber wenigstens hat ich keinen verkackten Start ich hatte so einen normalen Stand er wünscht ihn jetzt durchgefahren oh mein Gott hey kennen wir die Strecke? wenn ich knie gerade mal weil der Anfang kam mir gerade irgendwie ja bis jetzt in der Abkürzung ja das ist das mit dem Gras wo hier so ein Gras liegt mit der läppchen Brücke glaube ich ach so ja doch okay jetzt kenn ich den der geht uns weiter tuta tuta ich weiß nicht was du hast gerade U-Porn gesagt? nein ich verstand von der U-Porn oh da kommen wir dieses Scheißdinge angefahren ja Brücke oh Gott seid ihr auf der Brücke? ja ich bin gerade drauf ich auch ich wäre fast runtergefallen bin runtergefallen oh komm diese Scheiß Hurenwolke ne oh und direkt bis zu siebter weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du Kobayashi alter kann sich mal verpissen inwiefern ist das äh äh Reifen diese Reifen nicht bei Gras danke Kobayashi bist du der Scheiß ja noch so ein bisschen aber nur da sprichst du allgemein keine Realität weil äh in echt gibt es auch keine Items so ne aber ich meine Kobayashi achso ja stimmt das ist doch aus dem Reisessen der kann doch gar nicht gut fahren und vor allem können Asiaten nicht äh 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 gibt es doch so ein Klischee okay anscheinend ist er äh kann es doch er ist erster okay ich muss jetzt erstmal in die Box Reiköhn an Rossberg ich noch vorbeiziehen sehr schön fünfte S teleportieren oh Junge hier ist grad übel das geränge ich sehe es grad vor mir hinter mir aber auch hinter sind nur die fünf Stück und ich sehe jetzt vor mir schon wieder vier oder so alles Gute ist ich hatte neue Reifen drauf getan und so deswegen kann ich hier vielleicht ja ok ich bin erster ja ich sehe nichts nein wie nein keine rotes keine rotes es gibt mir schnell irgendwas NEIN ich habe das rote gehabt kein Plan warum ich bin Chuck hä ey gibt doch ich war dritter jetzt bin ich achter ich bin erster ich bin neunter kommen die denn alle her das Problem ist einfach die sind einfach alle ganz nah aneinander deswegen sobald du eine Scheiße baust verlierst du nicht ein, zwei Plätze verlierst du dann fünf, sechs Plätze das ist etwas schwieriger bei diesen 3000er NEEIN 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 ja Markus war mir vorbei haha Markus war uns eingefallen ja dann können wir weiterfahren ja aber was dann langsam naja egal komm nein was soll der Scheiß alter Paul die Reste was ist das denn für ein Huens ich kenne ihn auch nicht gar welche keine Ahnung nein die über Gas gefahren oh schön abbrengen die Kohle oh das gut ah keine rotes bitte keine rotes nein 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 na gut jetzt aber wenn du so ich fasse es nicht ich liebe es nein 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 bitte keine rotes kommt schon ja bei mir wird das auch angezeigt dass du so nein armen ist die Kinder nein WOLKE WOLKE und noch rot warum machst du das Marco ja weil ich das Rotarte was soll ich sonst machen ich wieder Achter ich war Dritter das ist ein Krieg hier das ist ein kalter Krieg das ist ein Missgebotenspiel geboten Spiel schon wieder angeschossen ok das ist die gerade wenn ich jetzt eher teleportieren würde ich würde denken die Versorgung auch wenn sie gar nicht gibt und Fünfter yeah weil der Maurice der Täter auch junge natürlich wieder vorbei extra Fünfter Fünfter wird immer Wasser ich habe keinen Bock mehr das meine ich dieses Scheißblech die gesendet habe wenn man kurz vor dem Tiefen Mario Krippen miteinander getroffen wird aber das war ja gar keine Banner ja das war das selbe Prinzip das stimmt nicht ich war erster dann kamst du kleiner Heißsieger Red Hatter hier vorbei dann dachte ich ok und dann kam Maurice der Spaß hatte ich noch und dann kam noch paar andere Spaß nehmen vorbei und dann bin ich auch flexibel ja ich war die ganze Zeit erster nee ich habe aber kurz schon ein bisschen Zeit vor dir ist trotzdem noch vor mir ich bin dann an der Rückgrenze vorbei gefahren dann bin ich unten lang gefahren war schon noch erster ja aber es war schon ein bisschen länger her ja ein paar Tage ja so jetzt war das letzte Event in Deutschland Deutschland die Strecke ist irgendwie langweilig mann ja das ist irgendwie so Deutschland halt ne war übrigens eigentlich nicht an der Strecke ja unrealistisch also wieso haben wir hier keine Türken nicht mit Steinen bewerfen weißt du wieso Clemens so einen krassen Hass gegen Türken hat warum weil der wohnt ja hier im Vorhang und ist jetzt nicht so wenig vertreten von Türken äh und da also nur von nur die Assi Türken sind da es gibt da eigentlich gar keine cool netten Türken nicht einen nicht einen einzigen weil der war da hatte der so das ist schon länger her keine Ahnung ein paar Jahre hatte der eben so fußball gespielt auf dem Bolzern und dann hatte der Arsch weil dann bekommen dann musste der sich halt irgendwie so bücken ne dann kam so ein Türker hat den den Fingern ins Auge gestochen durch dieses äh Tor weil es so ein Gittertor war ja so schlimm hatte der was ist das nicht so krass schlimm wenn dir so einen scheiß hohen Türken in die Augen sticht ja hast du ja auch Hass gegen Türken ja trotzdem ja so ein scheiß 6 6-jähriges Kackkind ja und jetzt kann auch ein Russe kommen ja dann das ist ein deutscher Kerr was ist ein Hass gegen Deutsche oder was ich bin jetzt da unten durch ich bin ein anderes kleiner Spaß hier ankommen aber du magst Türken ich hab fast nur türkische Freunde ja so okranballisch umut fü fü ist ja wirklich türk hab ich jetzt ausgefunden ausgefunden hast du recherchiert ja ich hab die vater ich hab nicht über dievater deformiert ich hab mich immer aufgeregt er meinte er war ja Türke da hab ich den vater erstmal gefragt ob die Türke sind er meinte er ja ja er ist Türke pf wieso hat der dann so einen deutschen Nachnamen für Leben kein Plan alter das hab ich mal aufgeregt ey ich bin ein gebühriger Türke bist du auf jeden Fall Ich muss nur in die Box. Ich hab keinen Bock mehr. Wie gehe ich einfach aus? Da ist so tic-tac-tac-tac und dann ging nicht. War aber nicht meins. Ja, alter, überfahrt mich alle doch. Ey, das ist Gras. Ach, frag ich, hätte in die Box gehen müssen. Scheiße, die Box. Ach, sie kommt erst noch. Das ist doch ganz gut. Süße, süße Schokolade. Hab ich schon immer Gras. Spongebob. Das kann doch nicht sein. Na los, verfalle Stück. Reib mich mit der Schokolade. War es so ein Jahr. Süße Schokolade. Hab ich schon immer Gras. Ach ja. Mit dieser Gräte. Ja, weiß nicht mehr. Ja. Süße, süße Schokolade. Oh, mir schon immer Gras. Ja, ganz wichtiger. Das ist wunderbar. Ja, alter. Boah. Ist okay, voila. Voila, Bruder. Ich war nur gegen Wände, ne? Ich war nur gegen andere Spieler. Aber man muss natürlich auch noch dazu sagen, Clemens hasst ja nicht alle Türken. Ich auch nicht. Ich habe auch nichts gegen Türken. Nein. Du hast nichts gegen Türken. Nein, nicht gegen alle. Gegen die hohen Asietürken. Ja, weil einfach 90% der Türken in Deutschland so sind. Ja, das stimmt doch nicht. Also der Jugendlichen. Es gibt ja auch Dönermann zum Beispiel. Ja, Dönermänner sind die coolsten. Ich sage ja, mein Dönermann. Ja, der ist einfach geil. Oder auch der Bruder von Aschraf. Okay, Aschraf ist auch korrekt. Aschraf von der Name. Aschraf. Aber zum Beispiel Selim ist ja auch ein Türk. Ja, Selim ist süß. Ich hatte ja auch dann auf der Grundschule war da noch Yusuf, mit denen das war ein... Yusuf! Ich fand so den Namen einfach witzig. Ja, Yusuf ist einfach so ein scheiß Name. Und ja, keine Ahnung. Oder ich hatte noch Yachja. Yachja, aber... Das ist doch nicht möglich mehr, Alter! Nicht möglich mehr. Ich bin zwölfter. Alter, ich bin achter und jetzt kommt gleich gleich das Ziel. Scheiße, ja. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich bin letzter. Nein, ich wollte mich noch holen. Gib mir den Schub, den ja. Dreierschub. Nein, jetzt erzähl ich noch. Dreierschub. Nee. Achter, Alter. Kannst du... Kannst meiner dicken Mutter erzählen. Stell das noch vor mir. Ja, ich war aber auch achter oder so. Nein, ich war jetzt für eine halbe Stunde. Ja, da waren ja auch sechs Wochen, ne? Ah, sakrableu. Insgesamt nur zweiter geworden. So, haut tschüss. Nur wegen diesem scheiß letzten Ding. Tschüss! Ich muss noch kurz kacken gehen, sonst krieg ich mir die Hose.